Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Power Wash Simulator. Im Hintergrund ist Misa noch mit dabei. Die ist aber gerade am Müffeln. Und wir sind gerade noch fleißig am Putzen. Wir probieren zumindest. Ein bisschen. Komm her auf. Klappe deine Hände. Ich möchte gar nicht wissen, wie heiß das Ding mittlerweile ist. Völlig heiß gelaufen total. So, da bin ich aber im Kreis laufen. Kann man was anderes sehen. Na gut, was anderes als Stein sind wir hier sowieso nicht. Und der nächste Gang. Sehr schön. So. So. Dann müssen wir gleich mal kurz lang. So. 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 So, ja. So. So, ja. So. So, ja. So, ja. Jo. Und wenn du schon was getrunken hättest, oder so, wäre deine Flasche schon längst hier. Geh was holen! Vielleicht jetzt durch die Probe Fernsehen immer was zu trinken. So, wir kommen gleich wieder. Ja, mach doch mal. So, du musst das hier noch mit sauber machen. Schöne Blümchenmuster. Einen Springengrund kann ich mich auch noch dran erinnern. Äh... Ich weiß aber nicht, ob da ein Fisch drauf war, ehrlich gesagt. Ich weiß nur noch, dass da ein Springengrund war. Ja. Aber nicht mehr... Wie viele Jahre ist das jetzt auch her? Das war für die PS1 war das ja noch. Oder war das schon PlayStation 2? Ne, das war PS1. Da gekauft der erste Teil. So... Da kommt auch schon mal ein bisschen mit sauber machen. Guck, war noch runtergefallen wieder. Da muss ich ein bisschen ein Randbieder mit sauber machen. Wird dann nicht richtig mit sauber. Wollen wir gleich erstmal wieder das Haus sauber, wenn wir hier ein bisschen was weg gemacht haben. Ich hab irgendwann gedacht, der heißt James. Guck mich darauf, dass er James hieß. So... Dann machen wir das hier gleich noch mit sauber. Dann müssen wir sowieso gleich noch mal ein bisschen sauber machen, aber... Höchstenteils haben wir das sehen dann. Da... So. Da ist er ja wieder. Oh. Ja. Ach. Ich hab so recht gewissen, dass er es endlich mal trinken soll. Ja. Ansonsten gibt's Klitsch-Klatsch. So. Wie lange geht deine Folge noch? 13 Minuten. Oh, die will ich jetzt noch nicht warten. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hidden Animals Photo Hand. Okay. Ja, das hört sich so einfach nur zusammengewürfelte Wörter an, aber ist halt so. So. Genau. Und wir fangen mit Japan an. Marderhund. Der war doch hier irgendwo. Da. Wildschwein. Lagerkraft hier in Ägypten ist alles unter Dach und Fach. Ich werde bald wieder in England sein, um mir dein Werk anzuschauen. Oha. Ein Japan-Makak. Großer. Ja, dann wird die Lager wohl auftauchen. Uh. Ich wohn mal stark an. So, da ist auch das ja rau. Die Bengal-Katze war... Oh, 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 oh. Die wird bald wieder in England-Sand. Oh, schön wie sie. Und da. So, da ist der Brunnen schon fast fertig. Schlange. Schicker-Hörer. Wie sieht er besser aus aus vor dir? Oh. Ich rutsche hier irgendwie. Oder so vor mich hin. Ach, der Brunnen-Katze ist eins, okay. Gott, was ist ein Teil aufgeteilt. Eine Krokodilschwanz-Echse. Ja, Glückwunsch. Doch, da ist er, okay. Eine chinesische Kobra. Innenwand, Boden und Podest, okay. Ein Davidshirsch. Eine Schildkröte. Ich weiß nicht, bin wieder chaotisch. Das macht aber nichts. Und wir müssen es für die Brunnen-Katze haben. Das ist eine Schildkröte. Die Schildkröte. Die Schildkröte müsste doch auch hier am Wasser sein. Aber sie ist nicht am Wasser. Ach, okay. Das haben wir jetzt für dich. Nein, die ist nicht am Wasser. Ach so. Ein chinesisches Schuppentier. Was hast du denn gelesen? Ein chinesisches Suppentier. Hm. Ach hier, chinesischer Flussdelfin. Ja. Da ist er. Ein Rothund. Da. So. So. Sibirien. Braunbär in dir. Da 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 da. Schala da da da. Bärischer Tiger. Ein Marderhund. Marderhund da. Ein Hermelin. Komm her, Hermelin. Das Wildschwein. Und wieder zurück. Und der Luchs. Und wieder zurück. Wo ist denn der? Luchsi. Hier einmal noch von unten saufemachen. Äh. Ich weiß noch nicht ein bisschen, was man soll machen. Da. Polarfuchs. Kaninchen. Gut gemacht. Sehr gut. So, was sagt die Karte jetzt? Die Karte sagt. Sagt und zeigt. Oh. Okay, hier müssen wir noch. Da müssen wir noch. Da sind noch so viele Tiere. Oh Gott. Das ist mal. Das ist genauso schlimm wie meine 200 Bienen in einem. In einem Bild. Also, Nordafrika habe ich noch 26 Tiere. Südafrika noch 20 Tiere. Ähm. Ich muss jetzt lügen. Ich glaube, das soll... Deutschland sein. Okay. Oder eher Europa, sagen wir es mal so. Oder? Keine Ahnung. Ist das was standen da? Ich weiß es nicht. Ich kann es doch nicht lesen. Deswegen kann ich hier gerade nicht helfen. Ähm. Ja, noch 16 weitere Fische. Und 7 noch in Australien. Also, fangen wir mit Nord... Amerika ab. Afrika oder Amerika. Ja, geil. Weiß... Weißwedelhirsch. Das Podest, das muss wahrscheinlich auch nur von oben gereinigt werden, ne? Bestimmt. Du musst also noch, äh, auf dem Dach rum rennen. Ich? Ne. Das Dach kommt mir nicht drauf. Schneeschuh-Hase. Wo haben wir denn einen Schneeschuh-Hase? Also, ich habe bis jetzt noch nicht mal irgendwie einen Hasen gesehen. Ich habe alles gesehen, nur kein Hasen. Da ist er. Ein Puma. So, der Boden ist fertig hier. Da. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist mein Puma. Eine Waldohr-Eule. Eine Waldohr-Eule. Muss das wohl sein, oder? Nein, nein, das ist keine Waldohr-Eule. Ich glaube, das ist irgendwas mit einem Waldohr-Eule. Ist das der? Nein, das ist auch nicht. Aber der. Ah, kanadischer Fuchs. Äh, Luchs. Bison. Gut gemacht. Sehr gut. Ah, Südamerika. Dann haben wir das ja auch fertig. Dann kümmern wir uns jetzt einmal um die Brunnen-Säulen. Eine. Da ist nicht mehr viel dran. Kennst du den Potto? Das ist eine Lemuren-Art. Danke. Ein Tamandua. Jaguar. Den kenne ich. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Noch mit den Amo verbunden. Okay. Ach, da hinten. Okay. Ein Nasenbär. Ja. Nehmen wir den. Und eine Schnappschildkröte. Die habe ich schon gesehen. So. Und jetzt einmal hier wieder lang. Ocelot. Und gut gemacht. Ne, die Arktis hatten wir doch schon. Die haben wir doch schon fertig. Eule. Eine Eiderente. Ein Rentier. Ein Vielfraß. Ein Eisbär. Die ist fertig. Die ist auch fertig. Wo ist mein... Da. Ein Schwertwahl. Gut gemacht. Ach, Westeuropa. So. So haben die das genannt hier. Also. Ein Haselhuhn. Da. Ein Wildschwein. Da. Europäischer Dachs. Da. Ein Baumarder. Warum müsst ihr immer so kleine Viecher leben? Nur damit es schwerer ist. Ein Sperrbauch. So. Wo ist denn hier Vogel? Das ist kein Sperrbauch. Da. Ein Sperrbauch. Das habe ich genau gesehen, dass da noch was übrig war. Ja. Du Clan Igel. Ja. Warum denn nicht? Alles klar. Haben wir auch erledigt. Aus Europa will ich nicht. Hier haben wir schon durch. Streifenhörnchen. Ein Widerhopf. Da sind wir mit dem Brunnen fast fertig. Das ist super. Das freut mir. Mich auch. Wir müssen mit deinem Haus weiter machen. Da auch wieder. Oh. Oh. Dann freut es mich nicht. Es ist noch ein bisschen dreckig. Nur so ein bisschen, ne? 40, 50 Prozent. Naja, wir sind jetzt bei 91 Prozent. Oh, okay. Das meiste von Haus hat sich verlangt. Boah. So, Fassan. Fassan ist da. Wir kacken jetzt richtig ein rein. Wir drehen das Tier einfach mal um. Ein Wolf. Ja. Ich finde jedes Tier. Irgendwann. Okay, los. Rotes Meer. Wesenschwanzprachtlipfisch. Ich bin raus. Wo brauchst du es denn immer? Hat sie ja nicht. Schön, danke. Ach, ist nicht euer Ernst? Man muss sollten. Der ist, ist das der? Der ist es, Tatsache. Eine Muräne. Komm, ich bin fit. Eine Muräne ist nicht klein. Die ist riesig. Die können sehr riesig werden. Ein Drückerfisch. Drückst du den immer, oder was? Ja, anscheinend ja schon. Das würde er ja nicht so heißen. So, mein Lieben. Das war diese Folge. In der nächsten Folge wären wir wahrscheinlich fertig, endlich. Dann, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt mit der Wille haben. Mit Lara gekauft. Ich hoffe doch, auch das eckige Ding kommt denn auch. Das wäre irgendwie voll lustig, wenn die auf einmal auftauchen würde. Aber eckig. Ja. Genauso wie die frühe Aussage. Oh Gott, nein, bitte nicht. Doch. Das sind schon gut. Das sind schon mal da. Dann nehmen wir nicht. Die. Pläzzy 3 oder Pläzzy 2. Form. The Lara Croft. Nee. Das sind die auch nicht. Sie verschickt besser aus. Freuer fisch. So, die. Ja, das war jetzt erstmal die Folge. Wir sehen uns, denn. In der nächsten. Tschö. 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 Tschö.